Hallo meine Lieben bei El Kitchen Jenna 2022. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vorbereitet habe ich für heute Spargel, Kartoffel, Tomaten Gericht. Zubereitung Zutaten in der Infobox, sowohl in einem kurzen Videoclip. Bis gleich! Assalamualikum, wir haben heute ein paar Zutaten, Spargel, Tomaten, und nicht mehr. Wir haben heute ein paar Zutaten in der Infobox. Die Zutaten in der Infobox sind in der Videobox. Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020